Strategiespiele, also richtige Strategiespiele, MOBAs sind zwar auch so eine Art Strategiespiele, aber halt, sag mal mal, die ein vereinfachte Form könnte man nennen. Ähm, meine Hauptkarte, 33, 35, ja, das ist noch nicht viel, du musst da noch ein bisschen was machen, musst du mal wieder ankommen. Stimmt, wollte ich was sagen. Genau. Aber ich glaube, auf dem Level ist es auf allen Servern zu nicht mehr. Ja, weil, wie gesagt, das sind halt wirklich die Low-Level-Bereiche, kann man nicht anders nennen, wer ist das denn der hier? Ja, hier, der Netus, der Netus weiß auch genauso wenig wie wir, wo man hier rumrennt. So, MMORPGs sind einfach die besten, zumindest für mich, ich finde, man hat halt den meisten Spielspaß daran, weil man doch am längsten damit spielt. Gerade wenn man wirklich eins gefunden hat, was direkt zu einem passt, das ist nicht bei jedem so, dass man wirklich eins findet, zum Beispiel der Dü, der halt Ewigkeiten Iron gespielt hat, nachdem man mit Fiesta aufgehört hat. Ähm, und der hat ja, ähm, ja, mit Iron, äh, was wir ja auch, Let's Play, äh, ein Spiel gefunden, was er sehr, 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 sehr gerne gespielt hat. Ich wiederum, äh, bin nicht so der Iron-Fan gewesen, ich hab da halt das Let's Play mit ihm angefangen, weil er, ja, das wollte. Sieht man ja auch, wenn man mich da, ähm, spielen sieht, dass ich nicht wirklich der Beste bin. Das war irgendwie noch nie so, ich bin mit Iron noch nicht so klargekommen, ist ein tolles Spiel, aber es ist, äh, sagen wir mal, nicht mein Spiel. Fing ich auch. Ja, und, ähm, mir selbst gefällt dann wieder Star Wars mehr, das Spiel der Dü dafür weniger. Ähm, man muss halt sein Lieblingsspiel finden, die Elika selbst, die spielt, äh, Star Wars dann auch lieber nicht, aber Iron dafür. Hihi. Genau. Und, äh, was hab ich noch gespielt? Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe Online. Nein, fand ich auch nicht schlecht, hab ich auch angefangen, bin ich zwar auch immer noch Low-Level, äh, weil ich's auch ewig nicht mehr gespielt hab, muss ich bei Gelegenheit mal online, äh, einducken mal wieder. Aber es ist auch ein schönes Spiel. Gerade, ich sag mal so, Herr der Ringe und Star Wars sind halt auch, äh, sag mal mal, klassenbezogen. Ja, Herr der Ringe und Star Wars nicht mag, da spielt auch kein Herr der Ringe Online und Star Wars, die ohne die Public, logisch. Herr der Ringe wollte ich mal testen. Ja, kann, kann ich, kann ich empfehlen. Herr der Ringe spielt. Ja, kann ich empfehlen. War eigentlich immer ganz lustig. Was habt ihr da so für Klassen, also, beziehungsweise du, Elika? Na, bloß diese Schlacht im Mitteljahre 2, aber der Einzelbild ist auch gut. Achso, du meinst, äh, du meinst, äh, das Strategiespiel. Äh, was, ja, äh, ähm, das meinte ich nicht. Ich meinte hier, äh, der Herr der Ringe Online, das ist auch ein Rollenspiel, das gibt's auch. Das hab ich noch nicht auf dem Kanal laufen. Achso, hab ich nie gesehen. Ne, das hab ich noch nicht auf dem Kanal laufen, aber das, äh, ja, ist auch ein nicht schlechtes Spiel. Ich hab's nur halt privat gespielt. So, was wollte ich eigentlich hier hauen? Äh, Rattenkämpfer und Schildes wieder. Okay. Rattenkämpfer, äh, ja, würde ich, denke ich, ja, der, wahrscheinlich vorhin schon umgehauen wurden, gerade oben, oder, oder läuft jetzt bei der Ringe. Ich glaube, der Mini-Dolo hat's im Raum. Vermutlich, vermutlich. Aber ist kein Problem, der kommt wieder. Hat dieser Rattenkämpfer so an sich, ja, wenn er nicht wiederkommt, genau, holen wir halt einen anderen Spot. Wobei ich hier vorne müsste auch noch einer rumrennen. Hier waren doch, glaube ich, zwei hier auf dem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Bin mir nicht hundertprod sicher. Ich glaube, hier und direkt vorm Schloss war einer. Äh, von Turm. Von Turm. Ja. Ja, fast dasselbe. Ich verwechsel das auch immer. Blup. So, Schildis haben wir wieder voll. Äh, fehlt halt nur noch Ratty. Na, dann laufen wir halt mal zurück zum, zum Schloss. Gucken mal, ob eventuell wieder einer da ist. Oh, ich werde von Schildi verfolgt. Nicht mit mir. So. Ich könnte auch mal bei Gelegenheit, wir haben ja wieder ein paar Punkte gesammelt. Hier mal ein bisschen skillen. So. Bumm. Und Bäm. Wunderbar. Was haben die jetzt eigentlich alle mit Nest? M-Mess? Wie, M-Mess? Mit Nest? Nest? Wer will Nest? Die schreien ja dauernd bei den Zürferschreien, äh, dass die Nest irgendwas machen wollen. Ach so. Also, E-Wertan. Keine Ahnung, vielleicht, äh, gibt's da jetzt gerade, ähm, Belohnungen? Wären wir zwar jetzt neu. Ich hab, ist ja auch mal an mir vorbeigegangen, wenn dann. Oder es wurde, äh, ein bisschen was geändert. Also, das, was geändert wurde, ist ja schon eine ganze Weile so, dass halt, äh, sagen wir mal, das jetzige Nest, äh, durch ein leichtes Nest ersetzt wurde. Und, äh, das, äh, das, äh, oder das vorherige Nest durch ein leichtes Nest ersetzt wurde. Und das leichte Nest, oder das schwere Nest, äh, jetzt das, äh, alte Nest ist. Genau wie halt Drachengrab. Also, ich weiß, dass es, äh, bei manchen, äh, Instanzen einen Hard-Modus gab. Ähm, Mythengamer schreibt, äh, wie schreibt man die AK? Genau, dankeschön. Perfekt. Und da ist, ähm, Rattenkämpfer. Genau, der Hard-Modus, das war halt, äh, wie gesagt, bei Drachengrab auf jeden Fall. Ich war ja im normalen jetzt mittlerweile drin, im neuen normalen. Und das ist, äh, ja, langsam, also, beziehungsweise, ja, vergleichsweise leichter. Also, ich bin ja mit einem, mit einem Lola recht kurz gekommen. So, ich hab hier übrigens, äh, was zum Reiten. Habt ihr auch was zum Reiten? Ich hab das nur gerade jetzt entdeckt. Leider nicht. Ja, dann, ähm, ja, dann, dann, dann gehen wir zu Fuß. Bringt ja nichts, wenn nur einer hinterher reitet und, äh, dann, äh, einer reitet und die anderen warten. Dann gehen wir zu Fuß, haben wir kein Problem mit. So, äh, in der Zwischenzeit kann ich ja... Ich würde ja mal ein Holzpferd geben, aber das ist karaktergebunden. Ja, genau, beziehungsweise, ich kann ja erstmal gucken, was kann ich hier abgeben. Das kann ich nicht abgeben, das kann ich nicht abgeben, das kann ich auch nicht abgeben. Doch, das kann ich abgeben, den Rattenkämpfer geht, okay. Dann geben wir den schon mal ab und bekommen ein neues Stäbchen dafür, juhu. Level 15 Stäbchen. Ich glaub, den kann ich sogar anlegen. So, halb. So, gucken wir mal. 6 bis 7, was macht denn der andere? 3 bis 4, uh. Okay. Hat sich doch gelohnt. Ich mach mal, ich hab hier geäst. Ach so, im Turm. Okay, so gut. Ja. Turm kann sein. Okuro, du hast mit Stapelzei schon angefangen, äh, schon lange, ja, ich kann nicht, ich bin 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 nicht, so was. Genau. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, du geht's nicht, ja, genau. Ich lese ja nur den Chat, wie gesagt, ihr könnt ihn ja mittlerweile selber lesen. Ich denke mal, der sollte auch in einer vernünftigen Qualität lesbar sein, auch im Spiel und im Video, dadurch, dass ja eben, ähm, ja, wie gesagt, die Videoqualität verdoppelt wurde und der vorher schon halbwegs lesbar war, sollte das hinhauen. Apropos Qualität, wie sieht's aus? Ja, 0,45% der Frames gehen verloren, das ist ein gutes Level, das ist okay. So, hier brauchen wir übrigens gar nichts. Wir wollten eigentlich nur zum, äh, äh, Dings weiter, zum Laufen. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn noch so für Quests, ähm, Kupfererst bräuchte ich mal drei, äh, für die, für die Dingwands, ähm, dann zartes Fleisch, müsste ich auch mal noch drei bekommen, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo was hinbekommen und, äh, ja, sowieso nicht. Duftendes Gras, naja, Kingdom Quest, abgeschlossen, naja, wird noch nix und dann Königreich schlafen. Okay, so viel haben wir ja noch gar nicht, dann passt das ja. Äh, Challenge accepted, schaue heute zwar für Staffel 2 durch. Ich hab mir auch nicht alles angeguckt, aber man kann durchaus reinschauen, ich find's lustig. Kuro macht das auch, Kuro ist ne gute Let's Playerin. Oh, dankeschön. Ja, ich muss da ein bisschen schleimen, nicht, dass du mich hinterher umhaust irgendwo. Ne, stimmt natürlich, aber auch. Kann man nix gegen sagen. So. So, wir sind, äh, irgendwo angekommen, wo wir ankommen sollen, hier unten. Sehr schön. Da haben wir auch schon die erste Quest zum Abgeben. Wiederholbar. Ich mache alles, was nötig ist, aber ich kann sie nicht wieder, ähm, machen, Gott sei Dank. Ähm, weil hier nicht irgendwo anders war, noch was zu, äh, äh, da hinten. Da hinten. Gehen wir da hin, da. So. Äh, ich, äh, ich pilze nicht, ich färpilze. Schreibt Huso, ne, du verpilzt immer. Achso. Ich fand diesen Arcade-Check grad auch ziemlich merkwürdig. Ja. Ähm, gut, ich hab den Kontext jetzt nicht mitbekommen, ne, hier war ich, da, hier war ich verkehrt. Hier muss ich hin. Ähm, ich hab den Kontext nicht mitbekommen, aber es klingt ganz lustig. Hi. So. Äh, Ika, möchtest du nicht ein Reitier holen? Wenn wir schon mal hier im Leben sind? Ja, genau, gut, wenn's schon mal, wenn's, 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 wenn's erstmal, wenn's, wenn's erstmal das langsame ist, der hat so wird, beziehungsweise kann man schon das schnelle eventuell genehmig. Ich weiß gar nicht, auf welches Level ging das, äh, schnellere Holzpferd? Äh, das schnelle geht ab 20 nach der Job-Change. Achso, na gut, dann brauchen wir noch ein bisschen. So, hier unten hab ich aber noch ne Quest anzunehmen bei Rumenun, äh, Rumenus. Nur die Motivation, die ihr Videos schauen, ist ab und zu an nicht die größte Sauerei. Ganz ehrlich. Kuro ist so ne Liebe. Und demnächst macht's er halt auch mit, 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 ja, mit Facecam. Und dann, dann, dann ist die Motivation noch viel höher, weil sie sieht bestimmt auf jeden Fall besser aus als ich. Ist ja nicht schwer. Naja, gut. Das hast du jetzt gesagt. Für, 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 für einen Mann seh ich natürlich wunderschön aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber, naja, Frauen sind halt immer doch das schöne Geschlecht. Können, können wir nicht einfach sagen. So. Bitteschön. Äh, was wollte ich jetzt? Ich wollte mal wieder in die Questliste gucken. Wir haben medizinische Pflanzen, Rattenmännische bei Waffentitler hinter, zack. Warum konnte, hab ich die nicht auf der Karte gesehen? Weil die da hinten versteckt ist. Sauerei. Okay, ich komm hochgerannt. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz auf K. gehen. Deine Katze füttern. Deine Katze füttern? Wie sonst die. Ach so. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab, ich hab ja gerade ein Miau gehört. Ich dachte, ich hätte mir eingebildet. Also meine Katze schläft. Ja, da kommt eigentlich irgendwann nur Essen. Ach so. Naja, dann. Ich schwette sich gerade. Ja, das ist kein Problem. Fütter, Fütterkatze. Katze geht vor. Katze geht vor. Und ich gehe hier immer hin und her. Ja, so. Waffentitelhändler wiederholbar. Äh, ne, Quatsch. Vitalität nehmen wir mit. Flupp. Abgegeben. Und was nehmen wir jetzt an? Siegel. Mhm, mhm, mhm. Ja, Meister. Okay. Kurz gucken. Was haben wir schönes? Mara. Siegel der Mara-Piraten. Die können wir in der Bucht der Gier machen. Die müsste hier unten lang sein. Ähm. Ausdauerleidenschaft. Miau. Ähm. Hestes Fleisch. Ja, jetzt geht's auf. Pain-Flein hier. Jawohl. Mit Fetzen. Ähm. Äh, ich gebe die Gildensuche ein, aber da steht, dass sie, äh, nicht gibt. Ich check gar nichts mehr. Äh, hast richtig geschrieben. Punkt. Äh, Wurt. Also Wurt groß. Punkt. Buri. B-U-R-Y. Punkt. Du kannst jetzt auch einfach in meiner ARK hier drüber schauen. Ich stehe direkt vor dem Mitten-Doma. Ja, genau. Da ist er. Hallo. 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 So. Und. Ah, jetzt rennt er weg. Oh. Ich wollte mal unseren Rock gucken. Gucken, ob er wirklich ein Kerl ist. Ich meine, nee, wollte ich nicht. Was denkt ihr von mir? Hallo. Ich wollte gucken, was er... Ich wollte nur gucken, ob er die Schuhe zu hat. Er hat. So, Sandbuch wollten wir nicht. Wir wollten ein Buch der Gier. Wo war die? Die war hier drüben. Bei Ming aus der Zukunft. Hey Ming. Kannst du mir mal was verraten? Was machst du in der Vergangenheit? Oh, was? Was hast du für ein Vieh? Wer, welche Vieh? Wer der? Ming halt. Ming aus der Zukunft. Okay. Und der hat, äh, irgendwelches Zeugs drin. Oh. Unheilvolle Agrippa-Schuhe, Kamelschuhe, Chiron-Hose. Der ist für die hohen Chance. Ja, unheilvolle Münzen. Wo kommt man die denn? Okay. Ach, das ist diese... Ah, das ist diese, ähm... Hier. Diese Arena. Wir machen mal mit 120. Ah, ist ja cool. Wenn die ganzen Mobwellen kommen. Ach so. Ah. Ja gut, die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Das machen wir dann im nächsten Stream bestimmt. Ah, mit Ming ist es auch bei uns. Ja, perfekt. Hallo. So, Hosa, du machst den Krasn Damage. Äh, herzlich willkommen, schreibt der Fergus. Natürlich auch von mir. So, Bucht der Gier. Betretten. Ähm, brauche ich Schildes nochmal? Ne, Schildes nicht. Dann gucken wir mal. Hm, hm, da haben wir nur noch schnell die Scherpen. So, ich bin ja jetzt mal kurz bei dir auf Folgen. Und ich bittere mein Raubtier. Okay, mach das. Ne Katze. Ja. Ich bin fast. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Mau. Ähm, ach ja, du bist schon da. Elika ist schon da. Ich dachte schon, wo sie denn... Aber das sind ja die anderen zwei Nasen. Äh, Pinky lass ich mal außen vor. Brauche nur Scherpen. Pinky tun weh. So. So. Äh, endlich bin ich drin. Nach so lange zu suchen. So. Aber hast du ja jetzt geschafft. Hast, äh, es ja jetzt geschafft. Ja. Wer suchet, der findet. Auf jeden Fall. Wer suchet, der findet. Der andere sind findet, das er gesucht hat. Es sei denn, er sucht, was er finden soll. Also meistens finde ich eben genau das, was ich nicht finden will. Und das, was ich suche, finde ich nicht. Weiß nicht, ob es euch so genau so geht. Aber bei mir ist das so. Free moving the auto move capture is now, äh, ähm, available up to level 60. Also die ganzen, ähm, Dinge, die lese ich sowieso nicht. Weil die alle auf Englisch sind. Kannst zwar ungefähr übersetzen, aber, ja, ich bin, ich bin halt faul. Wisst ihr ja. Elika, wie viele Scherpen brauchst du eigentlich noch? Nicht, dass ich die wieder alle wegsammel. Und wir gehen mal hier rüber, ich glaube, da müssten. Oder brauchst du die überhaupt? Hast du denn die Quest abgenommen? Siegel der Mara Piraten heißt die. Ich hab nur das Modersymbol 2, Rache an den Mara Piraten und eine beeindruckte Fähigkeit und Angriff auf den Schrein hier. Äh, Siegel der Mara Piraten hast du die vielleicht, äh, kannst du dir davon irgendwas abgeben? Weil ich weiß nicht, ob, äh, ob das vielleicht irgendwo eine Folgequest, also das hier ist sicher eine Folgequest von irgendwas. Ansonsten, ja, müssen wir gucken, nehmen wir sie danach nochmal, kriegen wir hin. Ja, will ich nicht. So, schauen wir mal. Bibi, bist du ans Mikro gedonnert? Bibi. Ha, die, die, die Kuro donert überall.